Ja, willkommen Freunde zu einem neuen Video, heute mal mit einem leicht veränderten Patrick und zwar habe ich ja gestern schon bei Twitter geschrieben, hey, spontan habe ich mir mal komplett den Bart abrasiert und dass ich noch zum Friseur möchte, um mir eine Glatze schneiden zu lassen. Kann man sich eine Glatze schneiden lassen? Ich glaube nicht. Habe ich dann mich doch nicht für entschieden, allerdings habe ich die Haare etwas kürzer schneiden lassen und ja, deswegen sehe ich jetzt ein bisschen anders aus, einfach als Erklärung für die Leute, die jetzt denken, hey, das ist gar nicht Patrick, vielleicht ist das Manuel Neuer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ohne Bart sehe ich ja doch deutlich jünger wieder aus. Ich lasse ihn auf jeden Fall wieder wachsen, aber es muss da einfach nochmal sein, damit ich auch mal für ein, zwei Tage ordentlich aussehe. Na gut, jetzt fragt ihr euch, was ist das denn überhaupt hier für ein Video? Ich habe mir überlegt, und das werde ich vielleicht häufiger so machen, ich mache eine Vlog-News oder ein News-Vlog-Tagebuch-Töns-Video. Ja, ich wollte über ein paar Sachen sprechen und ich habe noch zwei News vorbereitet, die meiner Meinung nach sehr lustig sind. Die normalen News-Videos oder Gaming-News, die kommen natürlich auch wieder, allerdings ist das immer so ein Problem, denn der Dustin ist öfters mal unterwegs und ich mache die News immer nur gemeinsam mit ihm, weil ich habe da doch einen sehr hohen Anspruch an diese News. und er filmt mich halt dann, kümmert sich um den Ton und dann sieht das auch gut aus, auch von der Beleuchtung her. Und das soll dann auch so bleiben. Ab und zu werde ich das dann halt mal so machen, damit ihr auch noch mitbekommt, hey, der Patrick lebt ja noch. Ich habe das ja letztens auch mit diesem Abo-Verlust, da habe ich auch so ein Video gemacht und ein bisschen erklärt. So, das finde ich immer ganz cool. Das kann man halt auch spontan machen, das ist nicht viel Arbeit, weil die Kamera mich einfach dann so filmt. Ich hoffe, das ist auch vom Ton in Ordnung. Viele haben jetzt gesagt, das ist immer ein bisschen leise gewesen, wobei, kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Bei meinen Geräten war es dann eigentlich immer in Ordnung. Naja, ich wollte ganz kurz über ein Thema sprechen und zwar kommende Projekte. Ich bin momentan wirklich so ein bisschen in der Zwickmühle. So Vlogs und so mache ich ja immer gerne auch News, aber das sind halt keine Videos, die so das Tagesgeschäft quasi füllen. Ich bin ja noch immer irgendwie ein Let's Player und würde auch gerne weiterhin Let's Playen. Allerdings fehlen mir einfach die Projekte. Ich spiele seit über drei Jahren jetzt GTA, GTA Online und mache diese Mod-Vorstellungsfolgen. Das werde ich auch weiterhin machen. Wahrscheinlich bis GTA 6 und dann bei GTA 6 weitere Videos machen. Das wird so bleiben. Das ist cool auf jeden Fall. Das macht mir mega viel Spaß, aber ich hätte gerne einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung auf der Seite. Momentan mache ich ja YouTubers Live jetzt auch schon 35 Folgen oder so und ich habe auch nochmal kräftig voraufgenommen. Da kommen noch sehr coole Folgen. Ich will allerdings nicht spoilern, aber es kommen auf jeden Fall noch ein paar neue Inhalte. Und ich habe ja schon gefragt, hey ist das Spiel doch spannend genug oder wird es langsam langweilig? Und viele haben gesagt, hey mach das auf jeden Fall weiter und wenn das Spiel dann in der Early Access ist, aus der Early Access raus ist und wenn man dann auch als Beauty-Youtuberin zocken kann und so, dann kannst du ja mal weitermachen. Aber mir fehlen einfach weitere Projekte. Ich würde gerne nochmal ein Let's Play starten. Ich habe überlegt, soll ich mal Outlast spielen? Outlast Ristleblower oder so, weil Outlast 2, das dauert ja noch ein bisschen. Aber das hat auch jeder schon gespielt und das habe sogar ich schon mal gespielt. Ich würde gerne mal Last of Us spielen, habe ich aber auch schon mal gespielt. Und ich glaube, das würden sich auch die wenigsten angucken. Aber trotzdem an dieser Stelle mal an euch der Hinweis. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne mal von mir sehen wollt als Let's Play, als Angezockt oder als Let's Show Video oder sonst irgendwie. Es gibt so viele Spiele, vielleicht auch wirklich nochmal so ein Trash-Format. Ich habe ja früher Abenteuer oder Ferien auf dem Reiterhof gespielt. Sehr, sehr cool mit so Synchronisation. Ich habe selber synchronisiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch mal irgendwie Löwenzahn, Bibi Blocksberg und so gespielt. Da habe ich sogar meinen ersten Strike für bekommen, für Bibi Blocksberg. War sehr cool. Würde ich gerne nochmal machen. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Könnt ihr wirklich, könnt alles mal gerne vorschlagen. Bei Facebook mir schreiben, bei Twitter, bei Instagram oder halt dann hier unterhalb des Videos in die Kommentare. Genau, das war jetzt der Hinweis. Und dann gehen wir jetzt zu den beiden News. Wir beginnen erstmal mit GTA. Denn in Los Angeles, da gibt es ein Hotel namens, jetzt muss ich nochmal gucken, wie hieß es denn nochmal. Ähm, 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 äh, wie hieß es denn? Figaroa. Wie kann man diesen Namen nur vergessen? Und ein Mitarbeiter dieses Hotels, der für, offensichtlich für die Webseite zuständig ist, der hat ein Screenshot aus, oder von Los Santos aus GTA 5 benutzt für die Webseite, um halt das Hotel zu bewerben. Das ist einem Reddit-Nutzer aufgefallen und der hat, ähm, den entsprechenden Link zu dieser Webseite, äh, bei Reddit gepostet. Und, äh, das hat für einige lachende Gesichter, sagt man das so, ähm, geführt. Denn das ist natürlich eine fiktive Stadt Los Santos und basiert so, äh, recht frei auf Los Santos. Man kann natürlich jetzt sagen, hey, das war vielleicht eine Marketingaktion oder irgendwie ein Easter Egg von den Leuten da vom Hotel. Allerdings ist das, äh, Bild dann auch heute sehr schnell wieder entfernt worden und durch ein echtes Bild, durch ein echtes Foto von, ähm, Los Angeles ausgetauscht worden. Und scheinbar hat sich da einfach jemand vertan. Da sieht man mal, wie, ähm, ja, wie realitätsnah einfach dann so Bilder von GTA, von Los Santos sein können. Und, ähm, wie Realität und Fiktionen einfach miteinander, oder ineinander verschmelzen. Ich habe auch vor kurzem Uncharted 4 gespielt, sehr geiles Spiel, äh, auch durchgespielt. Zocke ich jetzt gerade nochmal. Es macht mega viel Spaß und die Grafik ist einfach unglaublich gut. Ich habe selten oder ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen mit einer so guten Grafik. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und bin mal gespannt, wie dann die Videospiele in den nächsten Jahren aussehen werden. Äh, wer alles, ähm, ja, diese News sich gerne nochmal anschauen möchte, gibt es auf planeten.de natürlich dann noch die entsprechenden News auch von mir geschrieben. Ja, das ist wunderschön. Und dann gehen wir jetzt zur zweiten und letzten News, die aber, äh, wirklich sehr interessant ist, muss ich sagen. Denn, äh, Twitch kennt ihr ja, die Streaming-Plattform Twitch. Die hat jetzt eine neue Kategorie eingeführt. Und zwar namens Social Eating. Quasi soziales Essen, kann man das so übersetzen? Äh, so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, der Trend kommt aus Nordkorea. Und, äh, da gibt es sehr viele Streamer, die sich beim Essen filmen lassen. Und es gibt sehr viele Zuschauer, die sich das dann halt anschauen. Warum gucken sich das Leute überhaupt an? Das ist natürlich die Frage. Und da habe ich jetzt hier schon etwas rausgesucht. Es gibt zum Beispiel in Nordkorea, ähm, in Südkorea, sorry, äh, eine Streamerin namens Diva. Die hat das Ganze, oder hat daraus einen Beruf gemacht. Und, äh, die ist jeden Tag bis zu drei Stunden live zu sehen, wie sie dann ihre leckeren Gerichte verspeist. Und macht auf diese Weise inzwischen 9000 US-Dollar. Das sind ungefähr 6600 Euro pro Monat. Und die hat ihren eigentlichen Job bei einer Geschäftsberatung deswegen schon aufgegeben. Weil sie halt davon vom Essen gut leben kann. Bei den Zuschauern, die Diva bezahlen und mit ihr auch chatten können, handelt es sich um Personen, die laut ihren Angaben beispielsweise selbst nicht so viel essen können, zu später Stunde nichts essen wollen oder auf Diät sind. Auch das Essen alleine zu Hause fühlt sich so für manche nicht mehr so seltsam oder einsam an. So der Bericht. Und, ähm, ja, ich kann es in gewissem Maße ja nachvollziehen. Denn, äh, Essen ist so ein gesellschaftliches Zusammenkommen einfach. Früher sind dann immer zum Essen mittags oder abends die Familien zusammengekommen. Alle haben sich getroffen. Man hat über das gesprochen, was am Tag passiert ist. Und, ähm, das gibt es ja heute teilweise in vielen Familien gar nicht mehr. Denn die Eltern arbeiten lange und, ähm, man hat lange Schule oder arbeitet halt selber. Und dann trifft man sich oft gar nicht mehr. Es gibt gar nicht, bei vielen Familien gar nicht mehr, dieses gemeinschaftliche Treffen und dieses gemeinschaftliche Essen, was ein bisschen schade ist. Und, äh, wenn man alleine wohnt, natürlich, wenn man dann alleine isst, möchte man ja auch gerne dann irgendwie unterhalten werden. Dann guckt man zum Beispiel Fernsehen oder so. Und, wenn man dann anderen Leuten zugucken kann, die dann essen, ist das schon irgendwie für mich ein bisschen nachvollziehbar. Trotzdem ist es ein seltsamer Trend. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei Twitch diese Kategorie Social Eating. Und, ähm, ja, da kann man dann halt auch Leuten beim Essen zuschauen. Natürlich gibt es da innerhalb dieser Kategorie noch nicht so viele Videos oder Streams. Aber wird sich dann definitiv füllen. Es gibt nämlich auch schon Kategorien, wo Leute anderen Leuten, Twitch-Streamer, dann beim Schreiben eines Romans zum Beispiel zuschauen oder beim Zeichnen eines Artworks. Und das finde ich gar nicht so ungewöhnlich. Deswegen finde ich das mit dem Essen eigentlich auch gar nicht so ungewöhnlich. Im ersten Moment hört sich das ungewöhnlich an. Aber, ähm, ja, wir wohnen in einer modernen Zeit. Es ändert sich viel. Und ich habe das ja gerade mit den, mit diesem, ja, mit den gesellschaftlichen Konventionen angesprochen. Mit dem Essen. Früher war das so, heute ist es so. Es hat sich halt verändert. Insofern kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr euch so etwas anschauen abends zur Entspannung? Oder weil ihr euch nicht alleine fühlen wollt, wenn ihr alleine wohnt? Und, äh, ja, würdet ihr das selber auch machen? Würdet ihr euch beim Essen streamen? Oder findet ihr das ungewöhnlich? Ich könnte jetzt auch hier irgendwie so einen Keks essen. Mache ich aber nicht. Das wäre eigentlich eine coole Idee, oder? Einmal in der Woche lasse ich mich jetzt immer beim Essen filmen. Na gut. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und, äh, auch was ihr von diesem Format haltet. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool für zwischendurch, dass ich auch mal erzähle, was dann halt so Neues passiert ist. Und, ja, könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Oder mich abonnieren, wenn ihr mich noch nie abonniert habt. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge der News GTA von YouTubers Live. Oder vielleicht gibt es auch bald nochmal ein Horror-Game oder, naja. Schlagt gerne auch mal Spiele vor in die Kommentare und dann sehen wir uns. Ja, irgendwann wieder, ne? Euch noch einen schönen Tag. Ciao. Jetzt habe ich aber echt Hunger. Ah, die Prinzenrolle. Das ist gar keine Prinzenrolle, das sind die Billigkekse. Das ist gar keine Prinzenrolle, das ist gar keine Prinzenrolle. Das ist gar keine Prinzenrolle, das ist gar keine Prinzenrolle, das ist gar keine Prinzenrolle.